hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnight daily shop news mit uns beiden den an sofort ich bin mal wieder dabei ja ich bin mal wieder dabei und wir gehen direkt rein wir haben ein neues games im shop ja sieht schon geil aus guck mal guck mal was er da hat der toten schädel von von dem vogel als amulett ist schon crazy alter zeig mal ach guck mal das ist sogar ein kleines nestern ein ei aus aufgeborenes alter das ding das ist ich finde den cool also ich gebe dem was ich mag ich finde den mega nice ich gebe dem 10 von 10 ja ich gebe den 10 von 10 ich bin ich finde den mega okay dann die hier sieht ein bisschen besser aus dass der andere ich will sagen 16 ranzo man ranzo man geht mal dem kipp mal der maus herr das sieht das sieht schon cool aus das sieht schon cool aus okay allein deswegen sag mal so die haare sind ungefähr wie deine drehen mal um nein zu der nach vorne ich hasse dich die augen die sind auch schon nice nagel oben drin so ich gebe der auch 10 von 10 was ja 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 die sie kakaos ja was der ficke für das sind ehrlich was ich finde ich finde die sieht nicht komplett dumm aus ich gebe dem ding 8 von 9 von 10 ich weiß nicht was du alle 8 von 10 ok prismatik grausam ich weiß du magst den wieder sehr gerne ich weiß auch die manche die steht auf die liebe animation ich mag den erstmals er mit so knallig zu bunt dann ist es ein standard gleiter wo einfach nur animation truf geballert wurde ich finde den so übel also mir gefällt überhaupt nicht ich gebe dem nur zwei von zehn ich weiß jetzt werde ich dafür geht es mir egal ich gebe dem ich zeige ich zeige dir ich war eigentlich möchte so mal ich muss jetzt auf youtube gehen von anderen videos die zeigen und dann möchte ich mal sehen vergleich zu denen ja lass mal zwei von zwei von zehn ich guck mal was willst du denn jetzt gucken was willst du jetzt gucken muss das jetzt in dem video ist ja nicht nur weil weil wieso nicht verstehen kann warum nur den einen aufging wegen zwei punkten diskutiert jetzt mit mir warum denn hier dem hast du dem hast du null von zehn gegeben ist jetzt egal jetzt lasst mir meine zwei punkte lassen wir zwei als als würde ich als würde ich der jetzt was weiß ich bin 0 von 10 so wie wenn du wenn du noch den scheiße aussieht kriegte auch von mir 0 von 10 so weiter was willst du denn jetzt noch die anderen weißt du die die von 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 der community oder so das sollte ich nicht einblenden war wahrscheinlich was ihm zu lange dauert oder keine ahnung was denn was denn was denn was denn nicht aber wir bewerten die leute das dann ja ich weiß dass das die leute den gerne das sieht scheiße aus der sieht wirklich scheiße dem gebe ich drei von zehn ich finde den schreck ich bin ich nur ein punkt besser ich finde es schrecklich da ich mal ein 0 von 10 gegeben habe die bestehen ein punkt so david erinnig ist damit ex das ist gleichkaufen hahaha tolle lila super jetzt soll ich mit dem ding ich bin ja drei von zehn so und das das ist der neue im ort ist witziger weil man es müsste mal gucken wir sind holt und ganz gehört ist egal ich bin profi buchser das kann sagt und sie ja gut soviel geben stimme jetzt nicht aber sieben von uns aber schon cool sieben von zehn gebe ich mir auf jeden fall ja also was jetzt hier video gefallen würde ich mich selber lecker freunde die glock und in unserem kanal ein bisschen